aber herzlich willkommen zu zweifel erst mal wieder erfolgen wie man für die mann hoch Prozent Wort verrat gar keine FPS im Moment aber schon 15 16 17 20 24 25 so ab wir haben jetzt so wieder lange ist aufgenommen weil wir keine weit Lust hatten oder ist wieder Nealhaut weil ich überhaupt keine Zeit hatte er hat einfach nur gelassen Heldenmonster was ähm goldenen Helm gefunden 50 Rüstung 21 Stärke okay und das Heldenmonster ähm ich hab grünen Helm mit 44 Rüstung 14 Prozent Stärke und 7 Prozent Leben also wäre schon ein bisschen besser ja und deshalb ist das ganze Gebiet noch rausgegraut also wieder ausgegraut und wir müssen hier noch mal lang gehen weil äh also Demonstrat hörten weil das ja resettet wird wenn man den Server neu also wenn man das Spiel beendet bisschen mehr den Server was auch immer genau er hat's erklärt ähm ich hoffe man hört mich vernünftig und ihn nicht also er ist doppelt weil das wäre wieder scheiße wie immer halt ist er super er hat doch sie also was du hast ein Froststahl nicht rum passiert du brauchst aber keine Erfahrung mehr das war ein Frostschreibe Tori das Schmiede Heldenmonster und start und befleckte schon wieder Arlhaut wir haben es nicht wir mal noch fertig glaube ich aber ich möchte es nicht sagen weil ich weiß wie viel wir haben hier umweilten doch doch so höchstlich ist siehst du 156 Geschicklichkeit alter nicht mal ich hab die ja ich hab auch nicht hier sind diese ekelhaften äh Würmer drin hmmm lecker kann man schon essen diese widerlichen Maden sind wir bei Grylls? Ach ja hmmm ja der würde die einfach essen einfach reinbeißen und das Innere gegen die Kamera platzen lassen natürlich ich hab nie ich hab noch nie irgendwas mit Grylls gesehen ich hab so viel was passt der Typ ist richtig gut ich kenne den nur aus dem Internet wie jetzt aus dem Internet ja die ganzen Memes da Bier Grylls would eat that ach so du meinst zum Beispiel auch mit der Pizza Pizza und Ameise das ist richtig gut oder ich hab Schmetterlingebauch und dann Grylls äh ich auch du brauchst mehr ja ich find den Typen so hammergeil ja das ist so geil das ist so ein Intelligenz scheiß ich find auch schön dass man immer so ablehnt also so sich schon denken kann was das für Gegenstände sind am Namen ja find ich gut gemacht nicht so wie in Sacro dass man eine Bauernkeule bekommt die übertrieben Gutes plötzlich ja ich bin schneller als ich äh ja gut ich hab Hunger also ich hoffe ich hab ihn geschaut ich hab drauf gedrückt aber im letzten Minecraft was das ja nicht funktioniert ich habe doch alles zu sein der Zeit haben noch wenn du noch Zeit hast ich muss theoretisch heute noch Zeiten kurz Single aufnehmen du musst theoretisch viele aufnehmen ich lade gerade nebenbei auch noch Dingens hoch TTT dritten Part du bist ein dritten Part von TTT ja ich hab drei Parts von TTT aufgenommen nein ich hab vier Parts schon aufgenommen und einen Fun Part nee ich hab doch kein Dingens gerade kein 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 renn wir nicht so schnell weg ich hab ja momentan ja ich hab ja kein Datenvolumen und deshalb lade ich den noch hoch so ja kann man machen aber dafür dass ich hochleide willst du mir jetzt auch für mich hochladen was willst du auch für mich hochladen ja ja unbedingt also ja können wir nicht vorstellen was cooler wär ich hab ne Compilation gemacht die sechs Minuten ne die acht Minuten geht oder so aber die ist größer als meine normalen Videos weil ich die auf guter Qualität gerendert hab also auf perfekter Qualität momentan ist ja so ganz gut aber halt wird ein bisschen verschmiert so wenn du so viel Bewegung auf dem Bildschirm bist und ja ja hier muss man schon wieder so viel erkunden ich hasse was riesige Gebiete gibt die Kirche und das nächste Grad dienen die sie gerade im Spiel war und ich habe mich verpassen kann die Kursiische Todesstark noch so ein bisschen ich habe mich vor der Presse gehört habe vergessen ob er das dritte Zauber liegt da muss auf jeden Fall eine Quest ich muss über die Karte Schakal in deiner Nähe sein, weil ich sonst kein Klingenschirm kriege und dort brauchst du nicht äh wir müssen noch nach rechts ich wollte erst nach Saiz gehen da müssen wir hin glaube ich ja eben wir wollten nicht unten rechts lang ja ich dachte, du läufst jetzt einfach weiter oder gehst hier auch unter nein leider nicht komm und töten wir eben kurz die Leute hier und dann ähm Schakal, Schakal, das ist ein Schakal kennst du das Family Guy? Nein wahrscheinlich ja doch kenn ich wolltest du erst den ersten Ägyptenpaar zu nennen was? du wolltest den ersten Ägyptenpaar zu nennen nenn den hier so nein Schakal, Schakal, das ist Schakal komm du musst erst das Gold auf sein, was musst du für ein Mensch ey ein guter schätze ich Mensch, ich guck mal nachgucken Todesviele Sachen gefunden ja, Müll, ich habe so jetzt zweimal den gleichen, ähm, Dingens, den gleichen Glücksbringer der Stärke Müll einfach, zweimal ich sehe Krokodilmenschen, brauche ich glücklich in der Stärke ne, Moment, ich habe nur Halskette, Grund für der Halskette bringt was? du brauchst mehr Energie viel ok bringt 36% Blutunschaden, 21% Kälte Schaden, plus 92% Lebenskraft Schaden hat sich richtig gelohnt hier noch runter zu gehen für die zwei Monster ja best game war please buy ich habe keinen Bock, ey ich habe keinen Bock, ey auf hier sitzen ich will was essen du hast gerade was gegessen ich habe Hunger ich krieg gleich Kassler ich ess gleich erstmal schöner Kassler ich ess gleich erstmal schöner Kassler ich habe Bock auf ein Bier hä? ich habe Bock auf ein Bier Bock auf die Weiber Bock auf die Busen Bock auf das Bier du trinkst aber kein Bier nein aber das ist ein Kamel wir haben es schwer diese Monster machen es uns schwer wir haben Apfelsaft ja, Bier bauen Wasser wirklich einen Apfelsaft? nein, unseren Apfelsaft warum trinkst du den? ich trinke gerade keinen, aber ich hätte Bock drauf ach so, ich dachte ich habe wahrscheinlich ich trinke gerade Apfelsaft nein, ich habe auch Rauschenensaft gerade getrunken glaubst du, Apfelsaft mal mit Apfelsaft mischen? naja, kann man also V plus Apfelsaft geht bestimmt hast du gehört? eine wilde Monster ich weiß nicht, V kann man auch mit O-Saft und Energie hast du gerade eine Quest bekommen? ja, die hier ich habe hier keine bekommen also keine richtige, nein ich habe mit ihm geredet und das war's ich auch ok wo weiß du, dass wir unten lang müssen? wusste ich nicht ich glaube, das sind die Mäserien der Nilbauern oder so die andere Quest ja wahrscheinlich ist das einfach nur so Questinfos sowieso nicht kriegen, aber die sowieso wegklatschen hier ja ne, wer ist das Single jetzt? vielleicht hätte ich ja durchgelesen was wir machen mache ich auch ich habe ja auch den eben den Torn ausreben lassen oh, die sind in den Mund verboten ne, du darfst nicht weiter alter, die Speer sind jetzt besser als meiner das gibt's noch nicht eh, einmal mit 51 Schaden, so ein Fallum? ja genau wirklich muss ich mir gleich mal beim Händler angucken da liegt noch was ja, das ist doch kein Quest mehr wo mussten wir die abgeben? weiss ich nicht oder ist die schon fertig jetzt? kann sein guck nach Teil eines Talismans warum sollten wir schnell Talisman holen? wo ist der Händler? ich wünsche mir da noch ein Teil was? da ist der Händler komm direkt zum Händler was führt einen Fremden wie dich an diesem Ort am Nil? vielleicht etwas, das ich hier verkaufe? alter, siebenfünfziger Rüstung ich habe viermal Aalhaut mit brauchst du ne siebenfünfziger Rüstung? äh ne ok tschau alter, hängt meine Maus gerade jetzt geht's wieder willst du drüber reden? ja bitte ja, interessiert mich aber nicht bei und verlangsamt sich der Stand der ist echt geil mhm ok, kann ich nichts mehr verwenden beziehungsweise nur Dings nicht mehr dann vergessen wir das ähm, ja schriftfreie Überschwörung wo haben wir denn den Teil des Talismans? hast du den bekommen? iiiiih, nein ok siebenfünfziger Beinstulpen der 72er übertreib doch geh sie noch blau so dann, äh, scroll ich nochmal einmal auf stärker wie viel bräuch ich denn dafür eigentlich? ich hab ein Schwert für dich eventuell 23 bis 27 Schaden 12% Schaden wie viel? 23 bis 27 plus 12% ne, woher nicht alter, grauenvoller ach, die hab ich glaub ich schon die ganze Zeit dabei ne ja, mir ist keiner mal schnell der Skill während er verkauft wir, kriegen wir jetzt immer drei Punkte? weil ich hab bis drei Punkte bekommen ja, kann sein, dass wir, äh, mehr Punkte kriegen den Helm behalte ich dann packe ich noch, ähm hier einen rein einen an meine Meisterschaft und dann noch kann ich hier noch was irgendwas machen ne, das ist langweilig nur auszuweichen ähm, dann mach ich jetzt noch ein in in mein Wurfmesser rein so wenn wir's immer drei bekommen, ist das richtig, ey das wär schon ziemlich chillig also du meinst, das stärkere Dings brauchst du nicht ne ciao so Tempel des Partar müssen wir da in unsere Kaufquests abgeben kein Plan ich nehm das Ding mal mit äh, das war Müll? ja, das, da sollten wir's aufgeben, weil der Tempel ist niedergebrannt ok lauf doch nicht so weit weiter, ich verkauf grad noch ich müssen dann, äh, ich bin nur knapp 100 Meter nach oben gelaufen ok und ich geh mal kurz zum Karawanhändler und guck mal, ob ich da noch was machen kann die tue behalte ich auch erstmal oh, nein so, das... oh, es hängt ja, wegen, weil ich mich grad geportet hab jetzt ging's grad wieder? ja, jetzt sollte's auch wieder gehen ja, läuft ich packe auch alle Sachen, die ich behalten will in das andere Inventar ach, scheiße, ich hab... ne, Arloth hab ich da noch nicht fertig, mir fehlt da noch einer ok 60 Rust, alter ja, ich möchte das hier wegmachen, aber ich achte ich, ok ähm, sammelst du noch Farben? ne, wieso? also, ich hab nie Farben gesammelt also, ich hab nie Farben gesammelt Moment, bin gleich wieder da ja ähm, dann setze ich das jetzt noch schnell und dann pack ich die ganzen Allhaut mal zusammen ne, ich schade ah hoi, ich bin jetzt wieder da ah hoi hier gibt es nämlich Jägergrün, was ich mir kaufe hm? hier gibt es nämlich Jägergrün, was ich mir gekauft habe ich hab übrigens jetzt ne Melle Gold nein, also, ich hab fast ne Melle und meine Rüstung passt jetzt besser zu mir ich hab jetzt erstmal das Portal geholt ich bin übrigens ein bisschen heißer eventuell äh, äh, heiße hört man nicht, nein, grundig, kein Stück ähm was hat denn da für Farben? coole also, ich find meine Farbe jetzt ganz nice die passt besser zu meiner Rüstung der ist nicht ganz normal in Farben er hat Jägergrün, das hab ich zum Beispiel mit nirgends gesehen du bist der Mann, der uns vor als niemand sonst sieht okay ich guck mir die Farben eigentlich nie an boah, hier riecht's schon richtig gut, ey hmmm hier sind noch Krokodilmenschen, die wir jetzt erstmal zuhörten werden ich bin jetzt grad am Wasser lang gelaufen, okay hier sind auch Krokodilmenschen ja, ich bin einfach oben lang gelaufen okay, ich bleib einfach auf der Stelle stehen und hau sie ich hab übrigens Todeshunger, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hab ja meinst du bisschen meinst du, könnte passiert sein jo die Hund ist nicht oben geht's nur noch Memphis weiter anscheinend ja bist du euch auch gelevelt? nein ok bin bei der Schriftrolle bin noch im letzten Part zweimal gestorben, dreimal achso ja ich bin jetzt wieder bei 8 na bei 2 meine ich ich wollte grad sagen, alter cheater das sind Power-Leveling, meinst du? Hacker, Noob, Report ja auf jeden Fall, ich krieg für einen Gegner alle Erfahrungsfunkte alle alle, einfach alle er ist jetzt schon Level 64, 74, sorry kein 75 sei gegrüßt, gut hier war der Tempel, wo wir eigentlich hinwollten, aber der ist abgefunden, so sollten wir nach Memphis weiter ohhhhhh Klappler abgebekannt der unteren hier, mein Hausfeld Schakal, Schakal, das ist ein Schakal äh, wir müssen noch nach rechts hier ok, riesige offene Fläche, toll Schöne, so ähm, ich weiß auch nicht, hatte Jörg dir irgendwas gesagt, ob er heute mit uns weiter aufnehmen will? keine Ahnung also er meinte, er meinte bei Whatsapp zu mir so, ja, vielleicht bis heute Abend ja, das heißt dann vielleicht bis heute Abend läuft, ich hätt Bock und eventuell sogar Speicher wenn wir jetzt nur 2 Parts aufnehmen, hab ich dann sogar noch Speicher ja, ich hatte vor heute 2 Parts aufzunehmen und dann wir müssen 2 Parts aufnehmen ich hab keinen Bock morgen aufzunehmen nein, wir müssen einen aufnehmen, wir können auch morgen oder übermorgen den zweiten aufnehmen ist mir immer zu doof das ist ein Sandus-Hamoschi ne, danke Dax, gefällt dir? mh, ist schon ganz geil, so rau wollen wir unten erstmal weitergehen? erstmal unten, hört euch mal sagen meine Nase, ich hab Hunger ich bin übrigens ein bisschen nervig, wenn ich Hunger hab, dann will ich nicht dauernd, dass ich Hunger hab, weil ich Hunger hab weißt du noch nach Po, äh, nach, nach, nach ähm ach, dieses komische Land da Österreich, äh, die Fahrt nein, ich kann mich kaum an Gäste erinnern ich hatte durchgehend Hunger und wir waren im Bus hab das Gefieder haben wir auch schon wieder bald eins chillig hauptsache Ägypten ist riesig du brauchst mehr Energie boah, das lag ein bisschen naja, aber die Viecher sind hier jetzt ein bisschen stärker, nahe nein, sie sind nicht, kein Stück, sie sind so scheiß wie vorher ich hasse so riesige hoffene Flächen ich weiß wollen, wenn man alles erkunden will ne, klar will man alles erkunden ne, es gibt doch Leute, die rennen einfach durch und hoffen, dass sie es so schnelles möglich durch haben hab ich schon wieder den Hammer das ist ein dummer Schnauzer jo jo, ne, und so ich hab schon hier nen Tempel gefunden ja, und da muss man rein äh, Mumien ja, das hat viel Spaß damit, ich kann nicht ok, ich mach trotzdem noch richtig viel Schaden bei denen ich mach hier zu viel Schaden ok, wenn ich Kritte mach ich übertrieben, viel Schaden, dann sag ich so richtig schnell zu Schlage schon ok, ich mach die Skrelette nicht mehr mit einem Schlag die sind jetzt aber, geht so stark nur die sind voll scheiße eigentlich die macht die Falle kaputt 21er dabei ja, wir hatten auch schon am Anfang von Ägypten 21, die waren trotzdem scheiße hab ich nie gemerkt aber hier sind alle 21 die größeren Schakal waren zum Beispiel 21 die großen Skorpione waren 21 hab ich nicht drauf geachtet also etwa übrigens, das sind keine Mumien, das sind einbalsamierte Tote das ist ja dauerlich Schnauzer, das ist deinem selber ja, lass mich halt in mitten von diesen ganzen Scheißviechern allein ist ja nicht so, dass ich Schaden genieh mache bzw. ne du, du hast ja, du hast ja keinen Flächenschaden grad nicht mehr übrigens machen die mir fast gar keinen Schaden ja, mich schon, wenn alle auf mich einprügeln können wir wieder gegen Tiermenschen kämpfen? nein bitte? nein, wirklich nicht wieso nicht? weil ich gegen die weniger Schaden mache bist du gelevelt? ja Moment mal Geschicklichkeit gehen wir erst in die Höhle rein oder gehen wir erst links oder rechts lang? der Part ist vorbei ok, ich hoffe der Part hat euch gefallen, machts gut, ciao doch doch